hallo und willkommen zu diesem neuen infovideo ich dachte mir dass wir die neue masche der trading betrüger seiten noch mal auseinander nehmen sollten die anrufe der trading abzocker werden leider nicht weniger und diese betrüger werden immer raffinierter woran man die betrüger erkennt haben wir ja bereits in einem anderen video besprochen allerdings gibt es eine neue masche über die ich unbedingt noch einmal separat informieren wollte bei der trading abzocke war es ja immer so dass man euch anruft und ihr sollt meistens 250 euro auf ein handelskonto einzahlen kann aber auch mal mehr oder weniger sein meistens hat man sich zu beginn dieser masche auf echten handelsplattformen registriert und die betrüger kassierten die vermittlungsprovisionen der betrug änderte sich dann aber schnell weil die betrüger dem anschein nach gierig wurden denn nur eine vermittlungspauschale zu erhalten sollte nicht die dicken gewinne einfahren die abzocker erstellten nun einfach selber webseiten auf denen ihr dann direkt bei denen auf der webseite euer geld eingezahlt habt das ergebnis war dann allerdings dass ihr nicht mit dem geld handeln konnte sondern das geld war einfach weg die betrüger haben sich dann also mit den 250 euro selbst aus dem staub gemacht und haben hier eben statt der pauschale und provision die kompletten 250 euro kassiert nun sieht das ganze noch einmal etwas anders und noch raffinierter aus die betrüger haben noch immer eigene webseiten zumindest noch eine eigene webseite auf denen man sich registrieren und anmelden kann allerdings ist hier in den meisten fällen das einzahlen selbst nicht mehr möglich es kann aber auch sein dass sich eine firma bei euch meldet und euch anruft und nur vorgibt dass ihr euch angemeldet habt dabei sagt man euch dann aber nicht wo ihr euch genau angemeldet habt und wie diese anmeldung zustande gekommen ist manchmal nennen die firmen mittlerweile nicht mal mehr einen eigenen firmennamen habt ihr euch jedoch selbst angemeldet stellt man nun oft fest dass die einzahlung nicht mehr auf der seite selbst klappt oft taucht hier jetzt eine fehlermeldung auf und es steht etwas von wartungsarbeiten auf der seite nun ist wieder der moment wo ihr angerufen werdet das ist in der regel dann schon ganz kurz nach der anmeldung nachdem ihr auf dieser webseite eben eure daten eingetragen habt manchmal hat man die anmeldung auf der webseite noch nicht mal fertig abgeschlossen und da klingelt schon das telefon die betrüger bieten wieder ihre hilfe an damit ihr eure registrierung abschließen könnt man lenkt euch nun dabei allerdings mit der neuen masche auf eine völlig andere webseite in der regel handelt es sich dann dabei sogar um eine seriöse und legale webseite allerdings sind das legale seiten wo euer geld noch schneller weg ist als bei den betrüger webseiten selbst ihr sollt nun geld auf webseiten wie zum beispiel moon pay einzahlen moon pay muss man sich wie ein geldbeutel vorstellen auf dem man geld aufladen und in kriptowährungen umwandeln kann ihr zahlt hier euer geld in euro oder us dollar mit der kreditkarte oder sogar mit banküberweisung ein und zum beispiel moon pay wandelt dann das geld in eine wahlweise kriptowährung um das kann der bitcoin sein das kann helium sein das kann ethereum sein völlig egal die betrüger geben euch hierfür dann ein sogenanntes crypto wallet also eine geldbörse für rein kriptowährungen man erzählt euch auch hier entweder dass es euer eigenes konto sei oder dass man das geld dann weiterleitet auf euer konto das ganze sind natürlich alles wieder märchen naja ihr könnt euch ganz sicher denken was hier dann passiert wenn ihr dort euer geld einzahlt ihr zahlt das geld nicht auf euer crypto wallet ein sondern ihr zahlt das geld auf deren crypto wallet ein und dann ist die kohle weg crypto währungen kann man nicht zurückverfolgen und wenn ihr selbst von eurem konto oder von einer kreditkarte geld auf ein crypto wallet einzahlt dann ist das geld weg es gibt dann keinen weg dass ihr das geld noch mal jemals wieder zurückbekommen könnt denn das ist das das der sinn an crypto währung dass man crypto währung eben nicht zurückverfolgen kann die betrüger machen sich dann einfach aus dem staub sobald ihr dort geld eingezahlt habt natürlich erhaltet ihr vorher versprechen dass ihr noch mal angerufen werdet sobald das geld aufgeladen wurde und ihr bekommt noch einen anruf von einem senior spezialist oder was auch immer das wird aber nie eintreten die betrüger sind dann weg und die betrüger haben es auch wirklich echt einfach sich aus dem staub zu machen das ist das schlimme an der ganzen geschichte denn wie wollt ihr den betrüger finden die betrüger melden sich mit falschen namen und mit einer falschen telefonnummer die nicht existiert also rufnummern spoofing eine gefakte telefonnummer die nicht zurückrufbar ist oder man landet eben bei irgendwem fremdes der nichts mit der ganzen geschichte zu tun hat das einzigste was ihr habt ist die nummer des crypto wallets und naja das ist eben nicht zurückverfolgbar das ende vom lied ist dass ihr euer geld verloren habt und nie wieder etwas von denen hören werdet was hingegen sicher ist ist dass es nicht lange dauern wird bis euch der nächste betrüger anrufen wird entweder wieder mit der gleichen masche oder man gibt sich als firma aus die euch sogar helfen möchte und man weiß dass ihr bereits mal fehl investiert habt beziehungsweise betrogen wurde und da haben wir schon gleich das nächste geschäftsmodell für die betrüger oft wird dann zum beispiel unter dem deckmantel der börsenaufsicht oder irgend so ein komisches unseriöses unternehmen angerufen also nicht dass die börsenaufsicht unseriös wäre aber man gibt sich eben als die börsenaufsicht aus hier muss man dann wieder vorsichtig sein denn es handelt sich wieder um einen betrug um euch noch mal euer geld abzuknöpfen und viele werden auch noch mal darauf reinfallen das denke ich mal ganz klar ist die börsenaufsicht oder ein ähnliches aufsichts finanzunternehmen wird euch nicht einfach so anrufen und irgendetwas verkaufen wollen außerdem möchte ich noch mal darauf hinweisen dass kryptowährung an sich selbst nichts schlechtes ist kryptowährung hat vorteile kann halt eben anonym damit bezahlen warum auch immer man das möchte aber es ist eben eine alternative form zur normalen geldwährung die man so kennt und so hat und es ist eben nichts verkehrt da dran das schlimme ist halt eben dass man damit oftmals schindluder treibt und das damit auch viel viel einfacher ist die leute zu betrügen weil es ist halt einfach nicht zurückverfolgbar und das ist das große problem an der geschichte da fehlt es auf jeden fall an regulation das problem ist halt auch immer wenn man alles reguliert kann man halt auch ganz viel kaputt regulieren und da muss man dann auch wieder vorsichtig sein wie man es macht man macht es auf jeden fall nie richtig und zufrieden werden nie alle menschen sein und betrug wird es leider auch immer wieder geben erzählt auf jeden fall wieder allen von dieser neuen betrugs marsche und schützt euch und eure familie teilt gerne das video auf whatsapp facebook instagram twitter und was es sonst noch so zum teilen gibt umso mehr von diesen fiesen maschen der betrüger erfahren umso eher können wir verhindern dass die betrüger damit auch erfolg haben werden abonniere gerne auch meinen kanal wenn du keine weiteren videos mehr verpassen möchtest und hinterlasse mir einen daumen hoch wenn dir das video gefallen hat in der letzten woche ging es darum wie man legal telefonische werbung bekommen darf wenn es dich interessiert dann klicke jetzt gerne oben links auf das letzte video ansonsten siehst du hier auch unten links noch eine playlist zu allen anderen infovideos vielen dank dass du reingeschaut hast bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal